Hier ist die Putzshow, ich bin die Katrin, Hashtag Sing True Romance. Ein lauschiger Abend, für alles ist gesorgt, die Akkus geladen. Der Rotwandschuh und den Kork, die Sichel des Bundes, mischt sich mit Kerzenlicht. Wir sind allein hier, mein Reinigungshandschuh und ich. Und wie ich mit dem Handschuh und nur mit Wasserfenster putze, das siehst du jetzt. Ich putze meine Fenster einfach, schnell und streifenfrei mit dem Basisset Handschuh von Gimaco. Dafür nehme ich den grünen Handschuh, mache ihn nass. Und dank der grünen Faser nimmt er den Schmutz schnell und effektiv auf. Und selbstverständlich gehe ich damit auch über die Fensterrahmen und über die Fensterbänke. Im Anschluss kommt unser Profituch. Auch das mache ich einmal nass. Und damit nehme ich den Restschmutz und überschüssiges Wasser auf. Zum Schluss kommt noch unser bewährtes Trockentuch. Damit poliere ich die Scheibe streifenfrei und fusselfrei. Und das war's schon. Und da sind wir auch schon bei den Lieblingsprodukten. Ich bin immer noch auf der Suche nach deinem Gimaco-Lieblingsprodukt. Schreibe es mir in die Kommentare nächste Woche 3 vor. Und ich kann euch jetzt schon sagen, meins ist auf jeden Fall dabei. Und die Produkte habe ich verwendet. Wunderbar. Alles gut mit dem Ton. Ich hoffe, ihr könnt mich sehr gut da draußen hören. Denn wir sind ja auch heute live bei Facebook. Ja, geputzt habe ich, um den Schmutz aufzunehmen, mit unserem Reinigungshandschuh grüne Faser. So sieht er aus. Eigentlich fast, ich sag mal, 80% meiner Kunden haben ihn. Denn er gehört absolut zu meinen Favoriten. Was kann der Handschuh alles? Durch diese schöne Struktur funktioniert er wie eine digitale, äh, digitale, textile Bürste. Und ich schütze meine Finger, gerade wenn ich manikürte Nägel habe, dadurch, dass die Finger hier geschützt sind. Und mit der Ecke hier vorne komme ich halt auch wunderbar in die Ecken rein. Und ich habe die Möglichkeit, umzugreifen. Also gerade bei den Fensterrahmen oder an den Seiten von den Balkontüren, da geht das wunderbar. Ja, und er hält fest. Ich muss halt nicht etwas festhalten, sondern er bleibt die ganze Zeit um das Handgelenk herum. Der Reinigungshandschuh grüne Faser für 16,39 Euro alleine. Dann haben wir schon mal den Schmutz gelöst. Jetzt wollen wir den natürlich auch von der Scheibe runternehmen. Und das geht wunderbar mit unserem Profituch Plus hier in der Größe M. Ich halte es mal ganz nah dran. Das hat so eine leichte, ich sag mal ähnliche Frotti-ähnliche Struktur. Und hier bleibt der Schmutz halt sehr gut dran kleben. Besonders halt, wenn ich über die Fensterrahmen und über die Fensterbänke gehe. Okay, alleine kostet das Tuch 11,54 Euro. So sieht es aus. Größe 45 mal 40. Habt auf jeden Fall genug in der Hand. Das Ganze wollen wir natürlich nachher noch streifenfrei und fusselfrei bekommen. Und das ist das Aushängeschild von Gemakko, unser Trockentuch. Hat so eine Waffelstruktur. Auch etwas größer als das Profituch in 45 mal 60 Zentimeter. Und das braucht ihr auch. Wir haben ja mehrere Fenster. Und wir wollen ja möglichst viele Fenster gleichzeitig hintereinander putzen. Aber nicht jedes Mal von vorne anfangen. Und da empfehle ich euch auf jeden Fall mit allem erstmal anzufangen. aber nachher gerne aufzustocken auf ein zweites. Kostet einzeln 18,82 Euro. Und alle Produkte, die ich jetzt vorstelle, sind bei 60 Grad waschbar. Bestenfalls in einem guten Waschsack. Wenn nicht, das zeige ich euch gleich. Und wer alles... Aber gibt es jetzt noch zwei Möglichkeiten? Wir müssen ja mit Wasser arbeiten. Also entweder laufe ich von der Fensterscheibe die ganze Zeit zum Wasserhahn. Geht auch. Oder ich nehme unseren Putzeimer. Und was sagte die Tage noch eine Kundin zu mir? Frau Beck, ich finde auch, wir wollten einen schönen neuen Eimer kaufen. Und alles, was im Regal steht, sieht aus, als ob es direkt schon zu Hause kaputt geht. Der ist stabil, unser Eimer. Also damit habt ihr ganz lange, was von besonderer Vorteil ist. Wenn ihr den wirklich voll macht mit 15 Liter, aber auch schon mit 10 Liter, hat der natürlich ganz schön Gewicht. Und durch diese Rundung hier in dem Griff, tut es nicht weh, wenn ich ihn halte. Ja, kann man das sehen. Diese Rundung hier hält. Und der Griff hält sogar. Das heißt, wenn ich ihn abstelle, muss ich mich nicht ganz so weit bücken, um den Eimer wieder anzuheben. Unser Eimer für 9,12 Euro. Schönes Geschenk auch mal. Warum nicht? Jetzt besteht die Möglichkeit, bei uns im Shop unter einfach-sauber-24.de alles einzeln zu bestellen. Oder aber in einem passenden Set. Und alle unsere Sets von Jamako kommen immer in einer praktischen Klickbox, wo auch noch mal eine Beschreibung dabei ist, wie die einzelnen Produkte angewendet werden. Und hier empfehle ich dir alles, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, mit dem Fensterset Handschuh. Fensterset Handschuh besteht aus dem Handschuh, aus dem Profituch und dem Trockentuch. Hier sind die Tücher in grün. Das ist eine Empfehlung von Jamako, die grünen Tücher fürs Fenster zu benutzen. Aber warum auch nicht damit gerne im Badezimmer oder im Wohnbereich arbeiten. Also das für 46,46 Euro. Auf Putzpartys frage ich immer, wer ist eigentlich der Lattentyp und wer ist gerne der Handschuhtyp? Da wird immer erst mal gelacht und dann ausprobiert. Wenn du jetzt von dir auch schon sagst, ah Handschuh, weiß ich nicht, ob ich da so der Handschuhtyp bin, dann geht das Ganze natürlich auch mit unserem Duo-Tuch. Die Faser ist die gleiche. So sieht es aus. So. Ist die Faser, die ist die gleiche, ja, aber es ist halt in Form eines Tuches. Und damit ihr mal einen Größenvergleich habt, so sieht es aus. Und das gibt es auch im Set als Fenster-Set-Tuch für 40,16 Euro. Gleicher Einsatzbereich. Alle weiteren Infos findest du auf einfach-sauber-24.de Jetzt sagte ich ja gerade, es ist empfehlenswert, oder wir empfehlen auf jeden Fall, die Sachen immer in einem guten Waschsack zu waschen. Weil, wenn andere Sachen mit dazukommen, dann Flusel, alles dabei. Mir ist das die Tage passiert, dass ich dunkle Handtücher mitgewaschen habe und der Handschuh ist irgendwie da mit reingerutscht. Und jetzt sind die ganzen Flusen von dem Handtücher auf dem Lappen drauf, auf dem Handschuh drauf und die kommen jetzt einmal weg. Das zeige ich euch. Immer noch nicht. Wunderbar. Wir lassen es. Gut. Jetzt geht's wieder. Jetzt zeige ich euch mal unsere, ja, folgendes. Schnelle Nummer. Die schnelle Nummer. Ja. Andere Seite. Ja. Und? Ach, ich war nicht schnell genug. Unsere schnelle Nummer. Wie entflusel ich unsere grüne Faser? Das zeige ich euch hier. Und zwar gibt es... Einmal noch das Fenster-Set-Tuch bitte rausnehmen, dann sieht man mehr wunderbar. Das ist unsere Silikonbürste von Gemakko. Findet ihr auch bei uns im Onlineshop. Und ihr seht das also hier. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Also so sollte ja eigentlich aussehen, der Handschuh. Und hier hat er sich komplett zugeflust. Ja, also das ist der Neue. Der ist schon was älter. Okay. Und ihr könnt mit der Fluselbürste, wir müssen ein bisschen näher rangehen, geht das noch? So. Oh, ja. Wunderbar. Und? So. Zack. Das kann man noch gut sehen. Da lösen sich die ganzen Flusen. Ja. So. Den Rest mache ich nachher. So, dann habe ich dir gleich die ganze Küche voll. Also, unsere Silikonbürste findet ihr auch im Shop. Und was ihr auch ab sofort im Shop findet. Unsere neue Aktion. Aktion, jawohl. Und dann sehen wir uns nächste Woche, Donnerstag wieder. 19 Uhr. Und. Achso. Wichtig. Abonniere. Wenn dir die Show gefallen hat, dann lass ein Like da. Und abonniere meinen Kanal. Auch bei Instagram zu finden. Unter. gemakko-katrinbeck.tv Viel Spaß beim Putzen. Eure Katrin. Tschüss. 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 Tschüss.